Herzlich Willkommen zum Deutsch lernen. Wer macht was und wann? Das ist Sarah. Sie ist eine Schülerin. Sie ist 14 Jahre alt und wohnt in Zürich. Am Morgen fährt sie mit dem Fahrrad zur Schule. Das ist Maruko. Sie ist 26 Jahre alt. Sie kommt aus Japan. Sie arbeitet als Sekretärin bei der Firma Toyota. Von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr arbeitet sie im Büro. Um 12.20 Uhr macht sie für eine Stunde Mittagspause. Am Mittag isst sie gerne Sushi. Und während der Arbeit trinkt sie auch gerne Kaffee. Die Stadt ist ruhig. Alle Leute schlafen im Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Bäh und Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Vielen Dank.